hallo und herzlich willkommen zur nächsten runde stronghold warlords wir spielen die kampagne der mongolen mission 3 durch die berge chingis khan hofft dass die tanguts ihm den weg zur eroberung ganz asiens freimachen tanguts ne tanguts könnte gerne lesen schlagt ein lager auf um eine stellung im helan gebirge zu sichern stellt eine armee auf die stark genug ist die blockade zu durchbrechen und beschützt den fürsten um jeden preis wie man natürlich habt ihr gelesen wir gehen rein eine nachricht von jingis khan wir müssen unsere taktik anpassen inzwischen warten keine wackeligen palisaden aus stöckern und seilen mehr auf uns sobald wir einen kriegsherrn gefangen genommen haben stehen uns belagerungswaffen zur verfügung mit denen wir die dicken steinmauern durchdringen können was für eine inspirierende stadt schade dass ich manchmal arbeiten muss 600 holz haben wir gleich aber ich sehe nirgends wo holz gibt bei diesem gebäude ist alles in ordnung hoheit christus schmiede können wir auch machen schwertschmiede okay 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 in diesen ländern stehen uns viel mehr feine seiden zur verfügung wir können daraus elegante kleider fertigen und damit eure beliebtheit steigern machen wir das gleich nicht genügend arbeiter zur verfügung um dieses gebäude zu betreiben noch eine person benötigt seiden roppen farm noch eine seiden roppen farm seiden roppen hier seiten schneiderei das kann da nicht platziert werden hoheit laber nicht oh imperiale kavallerie oh die sieht mega gut aus nur dumm dass wir im arsch sind weil wir einfach schwertschmiede okay ja hier oben wäre eigentlich die einzige auch da sind welche im gedachs versteckt das ist frech da sind auch noch welche und da sind auch noch welche das ist halt nicht so gut hmm schwierig da habe ich einfach keinen einzigen pferdestall gemacht ich kann es nicht kaufen machen wir gleich zugriff komplett egal ich kann keine kann kein holz wie soll ich holz kann ich nicht machen sagen wir nur dumm sagen wir nur dumm ich bin einfach dumm Oh, 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 oh. Jungs, 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 send help Allah. Die wollen, die wollen raisern. Die wollen raisern hier. Die wollen raisern. Move Allah. ich kann kein holz kaufen das scheiße so kann ich kein holz kaufen sind die dumm ja ich bin eigentlich am arsch ich kann maximal ich kann auch nur scheiße bin ich dem ich kann ich äxte kaufen kann ich kaufen müssen halt ganz viele von denen machen hilft nix ganz viele müssen wir von denen drogen die mission ist jetzt schon zum scheitern zu man wie dumm einfach von mir dumm einfach dumm das muss man leider wirklich so sagen kann ich alter ich hoffe ich wie kein meister sind wir davon ich unterstehe eurem befehl ich habe mir gerade den arsch schlechthin 15 gespeichertes spiel ja okay okay der rettet mir gerade sowas von den arsch aber richtig heftig angemessene zufüge tägliche produktion 0 hallo hallo und unser reisbestand nimmt ab hoheit laber nicht fake news das sieht so kranke aus teilweise wieder ums werken die so gut zu gewinnen 2-0 2-0 das wir 2-0 2-0 2-0 3-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-0 2-0 holz pferde danke sehr gut hier läuft die holzlieferung oh mein gott einfach nur ist aber auch nicht kritisch oder dann kann ich hier die ganzen ich brauche auch irgendwas zum pushen gar keinen bock drauf okay 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 dann zurück und zwar schön dahin kann eigentlich noch eine kleidungs hier fabrik machen oder kann ich das trendiert sich das oder eine schneiderei der muss mich jetzt immer safe mit holz versorgen ok den müssen wir auf jeden fall erobern die frage ist nur doch mit mit meinen achskämpfern kann ich hier richtig moschen achskämpfer achskämpfer und dann können wir hier richtig rein jalan ich habe ich nur begrenzt eisen es ist halt wieder so was von und die hand die halt einfach komplett weg hier sieht auch noch gut aus okay ich kann eigentlich alles kaufen ich brauche nur pferde aber ich kann richtig viele achsmenschen machen und die dann den achsmenschen pushen fertig rekruten werden benötigt hoheit achsmenschen für den push das war jetzt ziemlich doof dreifache steuersatz dann bauen wir noch eine ausbildungsakademie für berietene bogenschützen dann holen wir uns den hier hat hier nur bogenschützen statt dann holen wir uns sehen ja dann hauen wir hier einfach alles ein vielleicht droppt er ein tribok für uns dass wir dann von recht weit unten da schon drauf schießen ach sind armbruch schützen okay die sind das ist dem ich sind auch anbruch sind alles armbruch schützen ja das könnte halt die chance sein weil die anbruch schützen einfach eine geringere reichweite haben als bogenschützen dass ich dann nah genug dran kommen und dann ein bisschen remit damit machen was passiert hier jetzt haut ab was passiert hier da bist du ja 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 naja schon dann deshalb erwartet der hat den halt weg geschallert sage ich so renn gehören wir werden angegriffen holz weiterhin holz es hilft nichts ja pferde ah und sowas würde ich machen genau so was würde ich machen ein bisschen abnehmen hier können wir auch ein bisschen balancen die unnötigen bauern die hier rumlabern das ist ganz cool gelöst man kann auch mit einem blick alles schön schnell erfassen das ist ganz nice so mach voll mach voll ok ja lassen wir noch ein bisschen laufen da kann sie ja jetzt schwenken wir um kleidung tägliche produktion null immer null interessant ist das weiß das war nicht hier ihr habt nicht genügend gold um diese einheit auszubilden und 15 hat safe zu wenig 1 1 2 3 sicher zu hin 100 pro bisher vorher schon sehr stark konzentrieren ich glaube nicht dass das so easy ist aber das ist nicht so die 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 nichts die , nicht bam 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 mega geschnitzelt einfach die sind stark die sind sehr stark die imperiale kavallerie ich habe nicht gelungen gold um diese einheit auszubilden von jacques in den ddb die blämme planmäßiger zugriff 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 weg weg nein meine berichten nein 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 da kommen jetzt richtig viele abfahrt 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 okay wir brauchen und berittene und berittene viele duplamtado oh shit oh shit oh shit wieder durch 5 14 stein vier ja doch das hält stand das hält stand für das erste sehr sehr wichtig ihr habt nicht genügend gold um diese einheit auszubilden wir warten auf eurem befehl wo man sich nicht wo man sich alle erreicht kann ich normale bürgen kann ich glaube ich auch kaufen schmeckt sehr nice ich kann bögen kaufen reicht jetzt nicht mehr verkaufen doch bitte um einfach nur kann nicht verkauft man kann nicht gekauft denn hier den kann ich mir kaufen was ist das ein schön scheiß eigentlich also for real jetzt hat schon ziemlich dumm also nicht doch das ist richtig dumm oh mein gott noch eisen rein sehr gut auch nicht die welt aber es reicht halt gerade so dass wir uns da irgendwie über wasser halten können dauert gefühlt wieder 100 jahre hier der ganze kann ich nicht verkaufen kann ich nicht verkaufen kann ich nicht ich kann nichts verkaufen kann ich habe nicht genügend gold um diese einheit auszubilden wir ruhen nie was für eine unnötige kacke einfach dieser alter oh mein gott mach den doch platt noch mal ein nachsetzen 0 wir sind auf 0 das ist okay holz gib mir holz automatisieren nein kann ich nicht mal flambeer verdutert auch im start und die schießen halt wieder hunderttausend tage da drauf ich habe nicht genügend gold um diese einheit auszubilden einen hunderttausend noch ein paar dazu wir noch ein paar dazu einfach hier doch einfach 35 rüstungen der ziemlich doof passiert im besten mal so reis sinkt das ist klar ich finde ich in chan ton tv wir haben nicht genügend gold um diese einheit aus da ist jetzt los aha 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 da ist jetzt natürlich frech das beschirm begrüßen sehr gut 5 13 2 ist halt endlich mal attacke zugriff zu griff ich unterstehe euren befehl wunderbar eure hoheit zugriff diesen kriegsherren haben können wir neue belagerungsgerät ist auch mega stark entfernung hinweg auf mauern schießen es braucht mehr als einfache mauern jenghis kahn so was können wir jetzt hier machen angriffe ausführen 5 5 10 10 imperiale krieger verbessern wie ihr wünscht ich habe einfach zu wenig leute ich kann triebock bauen das reicht um hier richtig troubles zu machen für die jungs sehr gut sehr sehr gut eisen wir brauchen eisen 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 triebock triebock ist bereit da geht es lang oh mein gott komplette eskalation gerade passt triebock ist da wenn sich das ausgeht das wäre so maximal belohnend einfach die haben halt keinen tau das ist jetzt wieder eine zeit mission jetzt müssen wir wieder zeit spielen das ist klar aber uuuu das schmeckt eine nachricht von jengis khan darauf werden sie nicht vorbereitet sein unsere steine werden ihre steinmauer und triebocken können über große entfernung triebocken feindliche befestigungen schleudern triebocken 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 schlechthillen hauptsache die schamen einfach alles weg kostete 8-8 16 ins ok deshalb 6 was macht eigentlich meine nahrungskleider produktion seitens wenn wir brauchen seitens schneidereien wir brauchen seitens schneidereien oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck zugriff 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 oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, neee was ein dummer shit einfach nur, man oh ich kann reis verkaufen, immerhin also mehr reis farmen ihr benötigt holz hoheit bringt uns zur belagerung vorwärts mit dem triebock was für ein bullshit dann würde man mann, 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 oh mann, oh mann hä, was ist denn was ist passiert in den häusern, ne fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit abfahrt oh da sind viele geil die aufbauen sehr gut, tauchen wir die einfach weg abfahrt ja mach'n gut schaden gut die hier kriegt noch mehr aufs maul als sonst irgendetwas weil sie halt auch einfach so weit raneiern, ne Ja doch, ein bisschen. Minimalschaden. Und das ist dann, jetzt investiere ich 200 von den Diplomatiepunkten und dann stehen sie in den jüngsten Brain AFK einfach rum, wie sie halt sind, komplett lost, ey so was ärgerlich ist. Was ist jetzt passiert? Danke. Zunächstens, was hier wieder funktioniert. Megakromisch. Scheiße Haller. So. Jetzt bekommen wir immer wieder Leute hin. Shit man. Wie lange nehmen wir denn schon wieder auf? 30 Minuten. So. Okay. Das ist noch im Rahmen des... Das ist noch in Ordnung. Definitiv. So. Voll. Läuft noch. Sehr gut. Danke Schala Jungs. Heidewitzka. Ich treffe die... Ne. Er trifft sich wirklich den da hinten auch, oder? Ne. 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 Er labert nur. Ne. Trifft sich nicht. Ne. Ne. Alter Reichweite over 9000 einfach nur von den Teilen. WTF. Einfach. Overpowered. Definitiv overpowered. Ne. 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 Papa Papa Alter die schnitzen sich dadurch schon wieder ruhig angeklärt gut ist's gut ist's sehr schön wir können Reis verballern bringt zwar nicht viel aber naja leider nicht so ein Blödsinn hat's wieder genau 3 Bock ha komm schon dahin ey 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 hallo 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 Jo er trifft halt einfach mega OP ne der Sprayt einfach nur in die Mitte rein der kann nix der kann gar nix ähm Holz haben wir Eisen haben wir Holz haben wir Eisen klar oh kleine Nummer guuuuut der chillert wieder TRIBOG Auffahren Zugriff man macht er hier er schießt halt irgendwo random hin er trifft halt geschätzt einfach gefühlt gar nichts Lola was schießt er denn hier bist du dumm er trifft halt gefühlt noch immer nix da danke oh 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 hä verstehe ich nicht wir sollten weiter hinten anziehen die Jungs aber ok nevermind bam bam wir dürfen halt immer noch nicht die Produktion die Armee Produktion außer Acht lassen bumm 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 bum bumm 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 und der sollte bitte einfach nur Wasserbuch Donnerschlagbomben probieren wir auch noch aus das zieht kacke aus wie die reiten den hat es ja schallert lebt er halt noch der wurde halt nicht getroffen lächerlich einfach nur lächerlich er hat mir den kommastellen ist schon ein bisschen buggy muss man safe sagen vielleicht trifft er denn heute noch vielleicht auch nicht was machen denn die leute oh mein gott danke dafür zugriff zugriff bringt uns zur belagerung oder setzt sich wieder was in bewegung die leute die leute die leute ausklappen wie die imperialen ritter sind aber mega starken die tatsen aber alles so schießen jetzt zwei drauf schön der hat sich aufgelöst da bin ich jetzt gespannt donnerschlag bomben was machen die gar nichts wahrscheinlich die können feuer schießen alter alles klar alles klar dafür steht halt oben sagt dämlich brauche wieder axt jungs axt krieger brauche wieder axt krieger wenigstens kann man ein paar sachen erkaufen ertraden wie auch immer nur eine schöne bude hin gut ist es sehr schön man sieht hier das jetzt auch weg der turm die schießen wir noch weg die paar eigentlich soll das mit denen doch auch schon reichen oder und ein paar axtkämpfer 29 an der zahl speichern und wir fahren rein 16 ist das jetzt mission 16 gespeichert und tschüss und plötzlich hier rein so komm so wir können jetzt eigentlich dann attackieren voll rein alles rein abfahrt vor ist aber rein fronten wir werden angegriffen tippen rein ein Wir sind schon fast am Burgfried, Hüllehalt. Bam. Alter. Jetzt wird gemoscht pittet. Anhalten. Hallo. Tribok, verpiss dich. Ferntampf-Belagerungsgeräte stehen bereit. Bringt uns zur Belagerung. Ferntampf-Belagerungsgeräte stehen bereit. Kann ich nicht abwählen. Geht nicht. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Na, scheiße. Danke, Jungs. Ah, sehr schön. Sehr schön. Statistiken. Oh, wir sind stark expandiert. Herrlich. Das soll es gewesen sein mit Mission 3 von der Mongolei-Kampagne. Morgen gibt es da Mission 4. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht es nicht gut. Macht es immer besser. Das war es von mir. Tschüssi, Kowski. Und bleibt gesund. Haut rein. Bisçar esластig. Ärst. geschehen mit домой. tolls Ask. viel 와. delayed. fastener mit coastalми. Wie am Horizont sugar. ici. Sage. friendships. дела.